Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NoBoard und heute machen wir wieder, wie angekündigt, eine Videoanalyse und mit dabei ist unsere neue Kamera. Also ich hoffe, das Bild ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen damit testen können, aber falls noch ein paar kleine Fehler im Bild sind, entschuldige ich mich dafür. Auch zusammen mit den neuen Lampen habe ich eben schon mal eine Aufnahme machen müssen und diese war gar nicht mal so gut. Also ich hoffe, die wird besser. Und damit würde ich sagen, legen wir auch los, gucken uns einmal an, was wir hier zu bieten haben. Die Aufnahme ist von der Sandra. Die Sandra ist, glaube ich, unsere längste Zuschauerin von allen. Zumindest die, die sich quasi ganz am Anfang schon gemeldet hat, Kommentare geschrieben hat, nachgefragt hat. Quasi eine Zuschauerin, die wir uns wünschen. Und die Sandra hat auch schon mal bei mir einen Snowboard-Kurs gehabt. Also da haben wir so ein bisschen Freestyle gemacht. Und das Video, das war es, das ganze Video. Legen wir mal von vorne los und gehen mal ins Detail. Die Frage, die Sandra dazu gestellt hat, ist, fahre ich auch taloffen? Das war nach dem Video zum taloffenen Fahren dementsprechend eine berechtigte Frage. Und wir gehen einfach mal los. Von der Grundposition los machen wir erstmal Stopp. Können wir sehen, Grundposition ist vorhanden. Da könnte man auch ein bisschen mehr in die Knie gehen. Aber alles in allen Oberkörper steht super. Gewicht ist mehr auf dem vorderen Fuß als auf dem hinteren. Ich bin zufrieden. Wirklich Sandra? Also Sandra, ich kann dir jetzt schon sagen, ja, du fährst taloffen. Und zwar gibt es zwei Sachen, die darauf hinweisen. Nummer eins ist deine Beine. Wenn du mal guckst, dein hinteres Bein ist extrem geknickt. Also dein Knie ist extrem angewinkelt. Und dein vorderes Bein steht fast noch ganz gerade. Das sieht man jetzt hier sehr schwer. Aber wenn man ein paar Frames zurückgehen würde, würde man das sehr gut sehen. Das ist die Karte Nummer eins. Und das passiert dann, wenn man mit dem Oberkörper sich versucht zu drehen. Und wenn man sich versucht, den Oberkörper zu drehen, also zu verdrehen. Und die Beine aber fest sind, dann muss das Knie sich einknicken. Und daran sieht man, dass du taloffen fährst. Und das zweite, das sieht man jetzt hier noch weniger, ist deine Armstellung. Also die Oberkörperstellung, die dann natürlich zeigt, dass es taloffen ist. Das, was ich euch allen gezeigt habe in dem taloffen Video. Da ist hier der vordere Arm und der hintere Arm ist hinter dem Kopf verschwunden. Also die Schulterachse ist quasi so. Und das ist alles andere als parallel zur Bordachse. Gucken wir mal an die nächsten Kurve. Vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Ja, hier sieht man es noch ganz schön. Der Arm bleibt hier unten und das Bord steht noch da. Das heißt, eigentlich müsste der Arm hier rüber. Also es ist nicht so schlimm, wie in den Videos zuvor. Also die Videos, die wir vorher gesehen haben, da war das Taloffenfahren noch viel, viel schlimmer. Aber trotzdem, Sandra, guck dir nochmal das Video zum Taloffenfahren an. Da könntest du wahrscheinlich noch einiges mitnehmen. Ansonsten bin ich zufrieden mit dir. Also können wir nochmal durchgucken. Alles andere. Ich meine, ich habe mich jetzt sehr aufs Taloffenfahren konzentriert, weil das war ja das, was du wissen wolltest. Aber wenn wir uns das so angucken, im Grunde genommen ein sehr durchgängiges Fahren. Du bleibst zwischendurch nicht stehen. Ich meine, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich weiß ja, wie du fährst. Aber ja, das Taloffenfahren, das muss weg. Also hier sieht man ganz deutlich, deine Beine, hier ist das angeknickt, das ist durchgestreckt. Deine Schulter steht so und nicht so. Da müssen wir dran arbeiten. Aber das ist eine Sache, da kann man sehr leicht dran arbeiten. Also du hast das Video gesehen, du weißt, was zu tun ist. Und dann geht es ans Verbessern. Wenn ihr auch mal so eine Videoanalyse haben wollt, dann müsst ihr uns einfach nur einen Clip einschicken. Und wir werden unser Bestes tun, da ein Video zu machen. Und wir waren nicht ich, denn Lisa und Björn haben heute frei. Beziehungsweise die haben nicht frei, die müssen arbeiten, aber die wissen, was ich meine. Was kommt noch? Genau, also wenn ihr mal ein Video einschicken wollt, dann könnt ihr uns, so wie die Sandra, einfach einen Link bei YouTube schicken. Oder ihr schickt es uns per Mail, die Mailadresse steht unten, info.nowboard.eu ist die Adresse. Da könnt ihr auch direkt vom Handy aus hinschicken. Das wurde in der Vergangenheit auch schon gemacht und das funktioniert auch super. Ja, soviel zu heute. Nächste Woche, Montag, kommt unsere ultimative Snowboard-Kaufberatung raus. Also das Video, wo eigentlich alle schon drauf gewartet haben. Da fange ich jetzt gleich auch schon an zu filmen mit. Dementsprechend bin ich da schon fleißig und hoffe, das wird ein sehr gutes Video. Und nächste Woche, Donnerstag, möchte ich wieder ein Video machen. Da haben wir aber keine Videoanalyse, weil gerade keine Videoanalyse mehr da ist. Es sei denn, schickt mir noch jemand eine ein bis Donnerstag. Aber voraussichtlich gibt es dort ein Fragen- und Antwort-Video in diesem Format. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, jetzt gerade wo die Saison angefangen hat, in den meisten Skigebieten, treten dann doch sehr viele Fragen auf. Entweder unten in die Videobeschreibung oder sendet sie uns via Twitter oder via Facebook. Und bitte nicht über Instagram. Also wenn ihr wollt, dass ich eure Fragen lese, dann schickt sie mir nicht über Instagram. Weil da, nein. Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch alle anderen Informationen zu uns, zu unserem Shop, zu unserem Partner Planet Sports. Wenn ihr was einkaufen wollt, könnt ihr uns helfen, indem ihr den Link benutzt. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann werdet ihr auch rechtzeitig informiert, wenn das Video online kommt am Montag. Dementsprechend abonniert den Kanal, um uns zu helfen, um euch zu helfen, um allen zu helfen. Und bis dahin, schönes Wochenende und ciao.